Also seid ihr jetzt echte Schurken? Naja, äh, technisch gesehen nicht. Habt ihr jemals einen guten Gefangen genommen? Einen richtigen Superhelden? Nein. Habt ihr Ahnung vom Tarnen? Nein, nein. Also gut, ich verstehe. Also mach ich euch im Schnellkurs zu brauchbaren Schurken. Hey! Wir sind Nummer 1. Hey! Wir sind Nummer 1. Und jetzt genau zuhören. Ich muss euch mal zeigen, worum's hier geht. Passt gut auf, damit ihr mich versteht. Wer die Nummer 1 sein will als böse Weg, kann Superhelden fangen und verpasst sie nicht. Los, los, los! Nun schleicht euch heran, wie ich es mach. Seid leise und vermeidet Krach. Nein, nein, Hände weg! Wir sind Nummer 1. Hey! Wir sind Nummer 1. Ha, ha, ha! Los, nehmt dieses Netz. Jetzt wird er gehetzt. Wenn ich ruf jetzt, dann werft ihr das Netz. Jetzt! Werft es auf Spartacus. tut, was getan werden muss. Ein alter Trick, leicht auszumalen. Der Kerl rutscht aus auf den Bananenschein. Ha, ha, ha! Was macht ihr denn da? Wir sind Nummer 1. wir sind Nummer 2. Wir sind Nummer 1. Wir sind Nummer 1. ARD Text im Auftrag von Funk